Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde King of Spandau Dieses Match, hey Head of Blood, dieses Match findet vor dem 15 King of Spandau Teil Das heißt, ihr könnt auch immer bei King of Spandau dabei sein und euch anmelden Echt? Wie geht das denn? Einfach King of Spandau googlen Gegen das Spandau-Inferno kann man spielen? Wie geht das denn? Man googelt King of Spandau Und dann kommt man da hin, wenn man nicht komplett dehydriert ist So, wir haben heute mal ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen an der Meta geschraubt Kevin wollte gerne mal Elise-Top gehen, da habe ich gesagt, na gut Dann probiere ich mal Karma Jungle, das passt da sehr gut Und haben dann den Echo als Support Und ich sage mal Hallo Freunde Hier auch einen guten Ähm, sei ja nochmal erwähnt, dass gerade King of Spandau läuft Good Luck Echt? Kann man das verfolgen? Tatsächlich? Gibt es das etwa auf Stream? Ja, also nochmal, ne, ihr könnt, ihr könnt, also ihr geht entweder auf den Twitter-Account von Spandau-Inferno Der ist bei uns allen in der Videobeschreibung Äh, und da seht ihr dann, da posten wir ständig, nehmt am nächsten Qualifier teil und so weiter Ihr müsst durch den Qualifier, es findet immer Samstag statt Und dann könnt ihr Dienstag beim Kack, beim Kack, ja, beim Cup teilnehmen Beim Kack, Kapp mitmachen! Ähm, und allein für die Teilnahme, wenn ihr spielt Also nicht einfach nur anmelden, sondern wenn ihr an dem Cup wirklich teilnehmt Könnt ihr schon Gewinne, Gewinne, Gewinne abstauben Ich brauche einen harten Leech Wer weht noch, mal, mal, mal So, Kutschi, wie oft hast du schon Echo-Stroll gespielt? Ich kenne mir das gar nicht so schlecht vor Ich bin im Schild schon 30 Mal gezockt auf Support Oh, lol, okay, so viel habe ich jetzt nicht gedacht Ah, mit dem W stelle ich mir echt ganz cool vor Oh, warte mal, ich kann ja Wir können auf jeden Fall mit Six echt lange stallen Was für Schild, W? Nee Der E Passt richtig Wenn du Mantra W machst, heilst du dich, Max, ne? Boah, Alter, hast du Mantra gemacht? Was bei mir? Ja, ich glaube, ich sterbe am Blue Nein, komm mal rüber Mantra W, du heilst dich Ich habe kein W Du hast kein W Ich habe ich nicht geskillt, du Lackner Du brauchst auch nicht 40% Aber ich glaube, der Heal ist der auch 40%? Ich würde sogar, ich würde sogar fucking wie Maxen, ey Ey, ist das nicht diese Schnur? Jo Geil, zweite Mal Mit Mantra heilt die Mit Air Karma is healed for 20% of her missing head Oh, dann noch, oh krass Jetzt weiß ich, warum Tank Karma so abgeht Weil die Leute das mit denen Hier gar nicht so gut Warte mal, aber jetzt Vielleicht mal Aber die Spinny Lane Soll ich einfach die ganze Zeit weiter reinpusten? Ja, chill einfach Hitler, wenn ich jetzt exprimiere, ist ein bisschen behind Ich, ich muss auch Ich glaube, Pool ist nicht mehr so Meter Jo, was soll ich sagen, Johnny, ne? Also ich geh auch mal weg jetzt Gut, dass die Gegner nicht Nunu haben Dann wäre ich, glaube ich, jetzt schon in Madagascar Süd getiltet Auch Niederle, ja Achso, nee, ja, das wär's Nee, der ist nur ein Kragas, keine Sorge Direkt Flashbacks Nee, 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 nee Ja, das wissen ja die Leute Wir streamen übrigens immer montags Wir streamen immer montags Teamerankt auf Twitch Beziehungsweise einige von uns Ey, ich erinnere mich gerade noch daran Als sie ließ Toplane über 10 Meter War einfach Warmox und Sunfire Hat man auf jedem gebaut Oh Der Kragas kommt vielleicht mit Oh, Leute, ich bin gleich da What is ULTRA LOW Kein Flash-Sender Ich muss eigentlich Level 3 hier rushen Oh, ist es der Echte? Es ist der Echte Oh Ich bin der Echte Der, der, der Sei der Echte, Sola Nein, du bist nicht der Echte Ach wohl, du bist der Echte, wenn ich mir dazu angucke Was denn? Was soll ich da anders machen sollen? Komm mal, komm mal Max Reinschießen in den Juke Hat der geflasht? Dann böllere ich den Alle haben geflasht Alle haben geflasht Dann ist der Ist der Der wahre Echte Support Die Banders bestimmt nächstes Game So Verdammt, die haben trainiert Jo Wenn sie denken, das ist wie ein MF-Support so Weil der Sonntarm ist Wahrscheinlich Base Da ist Das ist gut, boys There are always consequences Wichtigste Spieler Nice Aber Karma macht Spaß immerhin Oh, ich hab mehr Farm Ich bin am Gewinn Nehmig, nehmig, nehmig Nehmig, nehmig Nehmig, nehmig 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 Ich glaub ich Alter, das ist ja actually Bastards Gragas Seed Bot Gragas kommt Bot Der müsste jetzt schon Gragas, der müsste Da ist er, da ist er Gewinn der Ich hab Teleport ab Ich sag ja, ich bin kein Noob auf dem Champion Ist das eigentlich Team Ranked Oder ist das normal Ja Dann ist das ja, wir stehen 0,2 in der Diaprobo Dann ist das ja richtig spannend heute Oh oh Wie machen wir das? Scheiße Der ist ja hier Oh lol, hier war der Ja, der hat mich ja von hier gegangt Achso Oh shit, ich bin grad schon low Hey Ah, Echo Support ist ein bisschen too strong Der hat halt das gemacht, als er mich gegangt hat Also bisher gefällt mir das Ja, aber über Aber überm F rumheulen Und über einhören Ja, MF ist ja auch scheiße Äh, Kevin? Ja Geht da was? Gewinn? Ich könne im Busch kommen Der hat hier kein Wort Dann geh ich einfach in den Busch Oh ja, mich schön mit dem W den Gang starten Oh, kannst du da mal ein bisschen rein, Ficker? Ei Ja, musst dann reinpushen hier gerade Weil jetzt kann ich glaube ich rüber Ach ne, du kleine Speckgebot du Uiuiui Uiuiui Der Gangplank hat keine Ulti, ne? Er hat keine Ulti, ne? Nee, nee, oder? Gangplank hat keine Ulti, ne? Nee, nee, oder? Nee, 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 oder? Gangplank hat keine Ulti, ne? Komm, komm, wir machen das Gangplank hat keine Ulti Cuschi, du kannst mich doch nicht allein lassen, ne? Junge, ich muss, ich kann jetzt nicht hier bleiben, Alter Wo kommen wir da hin? Na jetzt, eh Ja, jetzt sagst du Was, geh raus? Ach fuck Bin ein zu spät Ist okay, Redbar für mich Ich dachte grad, Kevin wär Karma und Max Ah, ich hab ein zu viel getankt Da hab ich nicht aufgepasst Yo Yo Oh, fast Mal, 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 mal Ich hab irgendwie grad vorgestörungen Wie immer Oh Und jetzt hab ich einen Fettknoten Den spür ich grad an der linken Schulter Schneiden Oh, ja Das ist eigentlich ein Fettknoten Aber da muss man so Keine Ahnung Auf jeden Fall würde ich damit zur Charité Ja Oh Oh Da kommt sie schon Da kommt sie schon Die Polizei Nein Das ist mein Fettknoten Ihr kriegt ihr Leben Kriegt ihr Leben Ihr Schweine Ihr Schweine Nicht der Fettknoten Gott ist miss Gott ist nicht miss Gott ist nicht miss Gott ist nicht miss Okay Was ist das Wort Gott ist miss So Nami Dude Ich glaub ich mags echt den Ja Wahnsinn Ja Wahnsinn Wenn ich alles täuscht hat Diamondprox halt Karmaster Jungle Echt schon mal einer Als er es gezackt hat Es ist 3 oder es ist 4 Cool 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 Ich freu mich Der war nicht so gut I know I know Also wenn ihr lane pusht ist Kann ich da mal vorbeischauen Hier schicken Geburten Und doch gedacht Du Na 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 Kast 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 Ja ich auch Nein Mein Gott Wir haben ja sonst nichts im Leben Ne Ich komm runter Oh nein Alter sind die schlecht man Die sind halt komplett boosted Alter Aber sowas von dem Quadrat Komm her mein Lümmel Komm her mein Lümmel Oh Mann ey Da brauchen wir mal ein bisschen hier Hilfe Ne Bin grad dabei Ok die wollen mich jetzt Jo das war ja unerwartet Jetzt kommt der TP Da seh ich nen Schwing Quadra Kill Den hat gar nix Alter Jo ich auch nicht Jawoll Den hat gar nix sag ich cool war Ja Gutes Game FF Go next Weißt du da mach mal fast das 2 wegen 3 Ja Troll TP Lol Aber das sucht doch mal besser auszuhören Was soll ich sagen Ja 20 Sekunden früher oder während 4 gewesen Finde ich mal Junge Wo denn das sterb Ist halt genauso Vielleicht Jetzt wo du saß Hast du schon Vielleicht Vielleicht ja Ich hab halt geguckt aber ich war mir nicht sicher Komm wir lassen die nicht weggehen Ja Ja vor allem weil ich dann da war Kevin Ne ne davor schon Ach davor schon Ach davor schon Finde ich jetzt aber ein bisschen übertrieben Oh Ähm Ich will jetzt nix sagen Kutze aber Gut das war jetzt nicht so krass Aber Pigi Da ist immer noch ne Syndra Was macht ihr Das machen die richtig alter Ja ok Wollen wir Also ich glaub wir können das echt gewinnen Wollen wir Reinknallen Ich bin äh Also es war jetzt ganz Ja Wer ist ja auf K Wer ist ja auf K Warum denn Vor allem wärst du schon 6 gewesen wäre es auch nochmal ganz anders ausgelaufen Oder hätte ich Flash gehabt Schon 6 ich bin grad 11 5 geworden Ja warte mal Wenn ich jetzt schon 3 Items hätte dann sähe das anderen aus Ich bin ja auch jetzt Level 7 grad Wär echt nicht gut in Mathe aber Ok dann äh Ab jetzt Keine Flash sind drei ich komm mal bitte Ich glaub die haben alle keinen Flash mehr Ich glaub die haben alle keinen Flash mehr Oh weh Ja ich musste kommen aber Raum ist niss grad Silber nicht Not cool natürlich That's right Äh was mit Drache Die geht Base Die verliert den Töt was soll das Soll ich kommen Ja die Wave Max Jawohl Soll ich gegen den Ultimate Gegen Oh was Pottler Kutscher Passant Oh wir haben den Drake oder Machen die Drache oder Mh Kann man die holen oder Ich weiß ja nicht Ist halt alles missen Nee alle missen ne Mitte ist Space Ok ich komm mal runter Jungs Ich komm mal runter Das wird nichts die kommen dir entgegen Kragas ist bei mir Aber Kragas ist Mitte ne Ja aber wir können ja Kollapschen oder Ja ok Ok Johnny pass auf die sind hier Kragas ist keine Ult Weiß jetzt nicht was wird da Äh miss miss Gangplank Ey, was machen die denn hier? Okay, ich muss hier den... Ja. Geh da raus. Kann ich treffen, oder? Haha. Alter. Okay, ihr könnt halt... Gegen die können wir nicht verlieren, ey. Die sind so gut. Ja, komm. Konzentrieren und dann holen wir das Ding nach Hause. Jinx Half-Life. Synergy. Keine Ahnung. Ich glaub, Botlin geht jetzt back, oder? Was, wenn wir jetzt einfach drauf haben? Ne, doch nicht. Kann sein, dass da oben Party geht. Ja, lass mal für Drake trainen. Oh, passt aber. Gott, die gehen grad zum Drake. Was für Drake? Ich... ich kann... Ne, ich kann Kevin nicht helfen. Gut. Wollte, wir können auch Mitte holen, oder? Können wir nicht Mitte holen? So, dat... dat... dat meinte ich. Da meintest du, ja okay. So, hast du gesagt... Party, geh auf Mitte kriegst du auch alleine, oder? Komm, wir pushen Mitte rein. Ne, ich hab Mitte, ich hab Mitte, geh weg. Sag dich nicht. Okay. Dann zum Drake, Jungs. Oder wollen wir einfach Bot ziehen und die wegbörlern? Ich glaub, die rein hat nicht. Ich hab auch gleich meine krasse Ulti ab. Okay, wir rennen, wir rennen. Können wir hier unten engage'n? Ja, könnt ihr engage'n, genau. Weil reinwasser hast man hier holen. Ich hab Schild, ich hab Schild, alles gut. Boah, der ist ja gar nicht, denk' ich. Alter. Boah. Alter! Dürt' dich doch irgendwer! Ich wurde übrigens im Minion-Block grad, what the fuck? Öl... Haben wir noch irgendwas? Ich hab'n Schild. Wir sterben sonst alle, ne? Never fall to... Nö. Ne, es schuld nur einer. Warum hört die denn auf, euch beide zu chasen und... Was? Ja, du warst halt safe kill. Die waren beide safe kill. Sie hätten euch beide kriegen können und ich ja weggekommen. Nice, Kevin. Glaub nicht. Ich spinne. Tittenfette Turret. Soll ich das? Äh, lull. Hä? Äh. Ja, da waren drei Minions oder so. Wie random. Okay, also die Holz-Drache ist nur ein Cloud-Drake. Wir swappen jetzt top? Ja, ja, quatsch. Ne. Wir haben ja mit den Turret. Ich boostet Stück. Äh, willst du, willst du Blue-Buff, Johnny? Ja, bottom bleiben. Willst du den ersten ruhig nehmen? Ich... Habe schon. Haha. Nein. Was ist jetzt? Komm mal, Alter. Fuckin. Least push, Lull. Oh, dann meinst du es? Jinx? Ja, aber die Tauers ist doch schon weg. Weiß es nicht. Weiß es nicht. Cool. Auf jeden Fall bottomland. Aber bot ist halt noch was. Na, nein, hat Haft. Die hatte keine Sammler, das jetzt, ne? Die Jinx? Ja, ne. Ich bin mir schon dafür sicher, aber... Wäre dann sehr komisch, wenn sie die noch hätte. Hier springt. Ah, hier. Hier. Zietob. 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 Okay, mal los. Auf die Jinx? Ja, bitte. Ich bin da. Der Gangtler kommt jetzt wahrscheinlich auch langsam. Oh, ich hab noch alles gegeben. Oh, nice. Was sind drauf? Sind drauf euch? Ne. Da kommt Gragas. Als jetzt erst beim Blue. Sind das auch bei euch? Hier. Zietob. Sünder kommt Tower habe ich auf jeden Fall. Oh. Was möchte das mich einfach verfallen? Ja, aber 2 zu 2 und Tower ist ügelwürf. So läuft. Ei. Wo war die Wand? Aua. So ist jetzt 2 zu 3. Ich weiß gar nicht was ich holen soll ey. Ah ne, Max war auch tot ne? Ja, ja. Nope. Weiß gar nicht was ich holen soll. Ich weiß nicht ob die den Tier 2... Ah doch, die kriegen wir. Oder sollten sie zumindest. Kann er einen TP'n. Schauen. Ich hab mir. Ich hab mir auf GP ab in 10. Ich hab mir. Ich hab mir. Nicht dass die Sintreiche nach irgendwo gewartet. Ja. Ich hab mir was sagen. Doch. Ich hab mir den Clou vorher gemacht. Die Schau, die. ja gut ne weiter pushen können wir die branche ja aber so hat gekostet und dann müssen wir hier zu drittlern gehen könnte jetzt ja von zwei fest checken hätten die dinge sehr weiter was macht eine jetzt kann da rein büller den weg ab das ist gut ich habe 3 gegen 4 braun spot braun jinks bord ist überzeugt ich bin ich ganz so nicht das war abzusehen wasser bett ok natürlich tötet genau aber auch jetzt zeigen die auch schon weiter wird mit jinks nach ich denke nicht das fast zu lassen das war dann der führer kutschen bei den tau halten ist oder so gekriegt die stehen unten können wir die holmen und auch die kollapsen botkollapsen botkollapsen ich geh gar nicht nur weiß es ist die sind jobs gelaufen die screen da bist du schneller ja habe ich nicht ab wo beautiful ist dann ich hab die schild auf den aufstehen nicht mehr als jeder ist auch noch müssen wir holen können der alleine so ist alles gut jetzt ist doch nicht den ihren spielst du ob wir in toppen okay okay noch mal drei hier hier ich glaube sind alle denken wie du dich eben zerstücke hat ja ja ich weiß wie du bisse gehen könnte es wäre das super das ist ja mal gleich top kommen eigentlich machen das würde unser team heute echt helfen soll die support ecke oder gehst du eisbohren ganz cool also ich gehe bisher mit der bitte bitte mit noch ja gut nicht alle auf einmal jeweiligen aus meiner sicht können die da ruhig alle gleichzeitig stehen weil in dem winkel in dem ich gerade gucke ist hier oben dieser dieses stück vom tower block meine falle ich habe es gemerkt ich komme ich glaube ja okay ich kann ich kann der wave klieren hoffe ich kann auch nicht mein poten hier gegen klink zieht er schon okay da kann ich jetzt noch nicht steht welch lp ecu wer die alle tot gewesen gerade oh mein gott ich habe meine ich eigentlich eigentlich schon die wir können was machen das passt dann was er stirbt oh mein gott was ist das für eine fiesta was ich habe so lange überlegt gehen soll ich hätte jetzt einfach 18 stacks er hat man aber ich habe für die jetzt so ich bin fett ich bin für full skating rita bild gegangen ist auch ich nicht ich habe ich war schon nicht mehr der war hat lack in fern und weg ist ja gar nicht so die ist immer noch gefiedet und ich habe nichts gar nicht so wie heißt es hat nur die sind die die irgendwie wieder so rausholen können ich glaube dann weil das war aber schon tschüss jetzt faktor das landbild diesen also wollen wir für drake gehen ja die sind gerade dran glaube ich kannst du wollen bitte ich habe eine hohe stil warum könnt ihr da ein bisschen rein knallen einfach wie vielleicht also was ich bin da ich bin da ich bin da aber leider schlecht getan von nicht euch pokken aber die zehn mitte die knelten kann von mir ganz schnell ich bin da war richtig schlecht auch gott die triple barrel von den er da mal wie lo die sünder ist könnt ihr mit ist ja nicht weg wollen immer noch bisschen auf die angesplitter sich das kann sein dass sie zu dir kommen im mittel ein mitschützer zwei wir haben wir zu stehen oder gehst du und keine wälder das kämpfen ist dabei die welt zu rettung ist da dass der klöpfen was der klöpfen weiß doch nicht durchgekommen ist die scheiße sind alle super lau hat und dann noch holt die oder hat sie mich gut geht da ich will das ultime ender oder anleash power anleash powers anleash power kann die mutter voll aufpass oh gut job johnny nicht schlecht gemacht ja 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 der ging spielt gar nicht bad was der hat noch nicht eine triple barrel combo getroffen gerade wenn ich dich geflasht der schon ja gut das war das erste mal willst du blubber johnny ich will es gerne ja ich auch ja aber es ist halt immer was neues ne beschweren sich ja viele dass ich nur noch elise spiel und so hättest du eigentlich anmoderieren müssen ja das stimmt ja auf jeden Fall geschwerte ich spiel nur noch meta-champs sag ich mir überhaupt fick mal spandau inferno oh fick mal ja mach ich schön ficken das wird jetzt natürlich ungünstig ich dachte auch du machst schaden aber ne doch nicht ich habe nicht enttäuscht schaden ist aus können wir bitte aufpassen wegen nashvision ja gut wenn ich in range bin genau äh können wir vielleicht holen ah da ist Syndra ok warte Kragas ist hier irgendwo in der Nähe ja aus welcher enttäuscht wenn ich einfach die mini wave rausnehme jo ist auf mir immer fair ich hätte nie gedacht dass ich mit Caitlyn Mitte mal keinen farm kriege du siehst die nicht mal jo ok ok ich habe ein needlessly ab aus den Augen aus dem Sinn wollen wir irgendwie ja ja wie wir normaler ja haben wir da richtig schön ihr habt ihr eben gesehen ne wenn wir einfach stayen wenn wir einfach stayen und poken können so dann ja Junge Junge ungefähr so viel wie Jinx boah ich bin eh nicht stark wie sie sind nice Johnny ist nicht da schnell pushen what boah ich kritisch auch noch ei die nächste Wave nehmen besser wieder ich ne jo ich spin da mal Bass Darn Pink wer wie wird 60 auf da ich geh einmal Backwayern ob ich ordleihen und dann kann ich Awards holen ok nice 900 für Firekirchen aber ist jetzt nicht so richtig ja Kragas ist das hier ah ich hab die kleinen ne 69 gold ist sogar der große oder Ja Kragas kein bot Kragas bot? Nix. Vielleicht mehr. Pass auf Kragas. Mugen grad alle bot. Jo. Geht da. Gankplay noch um, ich versuch den zu catchen. Ich hab ult. Naja hier ist Kragas. Hier ist Kragas. Okay die sind alle Mitte Jungs. Ich bin echt gut der Gangplay. Ja guck mal ich bin fast tot alter du der Cem. Jo das macht es nicht besser, das macht es nicht besser. Ich kann hier von den Gage spucken. Ich hab halt 0 Leben. Ich hab 200 Leben. Ich brauchte halt ein bisschen fahren. Ja mach das. Die haben Vision auf mich. Ja die haben auch Vision auf mich. Ich hab auch noch 200 Gold. Die nächste Wave bitte. Und irgendwann mit dem Sweeper hier durch. Okay das mach ich. Aber wollen nicht eher Topside Vision? Okay ne. Ich geh einmal lang. Ja ist egal die pushen eh rein. Ich kann hier was safe nehmen. Ja ja. Aber wir wollten jetzt hier nicht. Das Kugel eigentlich abbrechen. Okay Jinx Half-Life. Wenn ihr das nochmal macht kitt ich dir einfach da. Super hat gerustet. Ha Trevor. Oh da kannst du vielleicht ult. Lockert wäre auch nicht so bad. Aber ich kann Lockert gehen. Ich mach langsam auch richtig Damages. Ganz nice. Aber jetzt damit mach ich auch jetzt ein bisschen. Ja ich hab hier im Pink. Können wir den Bermdischen holen. 5 Sekunden für Trinket. Ich Trinket nochmal. Ah die haben da get recalled zu zweit. Okay. Ich glaub ich kann ja auch den Gink jetzt 1v1 nehmen. Also der hat mir grad echt verdammt viel Schaden gemacht ne. Also wir tanken. Aber hat der Barrels getroffen? Ne. Deswegen. Da musst du echt aufpassen. Du bist halt. Du hast 500 Leben mehr als ich. Und der hat mir mit Auto Attack Q 90% Leben abgezogen. Ja. Da muss ich mal gucken. Da muss man halt Face checken. Ja. Also wenn du ihn glaub ich mit Stunning gaten kannst ja. Aber ansonst wirds echt schwer. Jinx ist wieder Mitte. Ich nehm noch die. Die Caster Minutes. Dann kann ich basen. Probier es. Wieso nicht. Alter. Überwiegen. Was du es? Hier ich geh fix base. Könnt ihr aufpassen wegen Nash. Könnt ihr zu dritt dastehen. Nicht Golems jetzt bitte. Ich muss. Wie kann. Wir waren ja da schon. Geht ja ja darum, dass die dich nicht sehen. Gragas ist hinter dir. Gragas ist hinter dir. Ich kann ihn. Hätte ich nicht gefehlt, dann hätte ich ihn gehabt. Hier kommt noch der Wave Mitte Solar. Wir haben jetzt Pressure für ein Tier 2. Die können gleich für ihren krassen Cloud Rake gehen. Ja die gehen für den Rake lassen Tier 2 train eigentlich. Wir sind so weit weg jetzt. Ich bin ein bisschen. Bei uns Rind war deftig auch. Na die müssten eigentlich nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Wir haben ein bisschen bisschen hier. Oder die Wave ist halt das jetzt am Tor. Ich glaub das hätten wir nicht wirklich hier machen können. Das ist 4 gegen 4 ne. Ich glaub das ist auch eine riesen Wave. Die sollten wir nicht von kriegen. Gragas, Gragas, Fokus, Gragas. Oh, der hat's gerade verkackt. Nice. Oh, ich hab nur Dissingertschuld geworfen. Sorry guys. Ich weiß nicht, dass wir da rein können. Stunt grad da unten von hier. Okay, Jinx hat geflasht. Pass auf. Pass auf. Safe, safe. Ah, sorry. Jinx hat geflasht. Brauchen wir das Timen? Ja. Natürlich. Was ist gut denn? Das ist ja useless. Der Jungle ist tot. Was, wenn wir Baron Vision clean und da vielleicht ein bisschen Action machen? Oder lieber T2? Ja, wir können auf jeden Fall die Vision holen. Ich hab noch Sweeper ab und Pink. Ahhhh. Ahhhh. Ahhhhhhhh. So Lock, ja? Ja, wir können die Krab holen. Ahhhh. Hast du den Busch hier aufgeklärt gehabt? Ja. Komm ran. Ähm, ja, ich hol hier Jungle. Dieser ist Braum, der ist nicht Full HP. Ja, der hat Baron Pit gewordert. Okay. Wann lasst das hier immer noch? Hm. Wann ist das hier? Ey Jungs, was macht ihr da so? Ey, die schuppen. My bad. Passiert. Gucken was die da für kriegen, die wollen die Nash-Vision. Warum ist auch noch Low und die Syndra hat keine Ulti, guys? Ja, die Pro. Ja, wir sind hier ein bisschen... Kevin ist halt nicht da, ne? Ah, du hast DP? Die Syndra hat keine Ulti, ne? Nein, das können wir machen. Jinx ist Low, Jinx ist Low, Syndra hat keine Ulti. Oh mein Gott, die nächste boostet ulti. Ich hab sie. Oh nein, ich hab nicht gecrittet. Oh cool. Ah, doch. Ich hab sie. Ich leg noch. Komm aus und rum, ich komm aus und rum. Ich komm so leicht, ich komm. Bot ist ne riesige Wave, ne? Wenn ihr das einfach nur steuert, ist das besser für uns. Alles Flash. Gangplank keine Ulti, Gragas keine Ulti. Hier oben sind zwei. Holy Shit. Gut, ich bin auch so zu. Ich bin in 35 Sekunden bin ich ab und hab Teleport. Hinter uns kommt was? 25 Sekunden bis TP. Wollt man auf Karma Protowelt? Ne, ich wollte ja Hellenzepter holen. Wollt ihr ja erden oder so? Ne, ein bisschen. Ich hab noch heal. 15 bis TP. Oh, passt auf Jungs. Oh, je, je, je. Hintermisch gemacht. In 5 Sekunden hab ich Teleport. So, da wenn du noch unten zur Wave peelst, bin ich in Time da. Oh. Hier deine Bubble. TP. TP, ich bin gleich da. Ich bin da. Da ist noch Sünder, glaub ich nicht. Da ist Sünder, ja. Äh. Nice. 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 Okay, Mitte. Nice. Was machen wir daraus, Drake? Ähm. Erstmal in Inip. Der kriegt ihn so gut. Hier Strings. Na, zum Glück macht er nicht so viel Damage. Äh. Alter, der Schaden ist halt immer noch so heftig bei diesem Champion. Top, top, top. Top, top, top. Bin dabei. Barton Mücker wurde denied. Vielleicht kann man ja immer noch mehr angehen. Ich weiß gar nicht. 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 Wenn es Media klären. Darum ist Gangplank. Ja, kannst du machen. Haben wir noch einen Sweeper? Ja, ich. Schon keinen. Wir will mal gucken. Wir machen die mit unserm Team halt echt schnell, ne. Ich glaube AP ist bei der da richtig heftig rein. Oh? Eiiiiei. Eine Sekunde später, wenn wir nicht so mitflanken. Die werden halt da nicht freiwillig durchgehen. Oh, wir müssen nicht abgucken. Ich wurde gecatcht. Oh, ich komm nicht in meine Bubble rein. Wir haben keinen Damage mehr. Ich muss das auch in den TMSP. Oh, nice. Ne, ging nicht. Ist das game? Ja, könnte game sein. Ja, denke ich ja. Oh, wir hätten vielleicht die Biniwalf tanken sollen. Mach sie! Nein! Nein! No! Das war game. Ich dachte, ich kriegste mit dem Proc. Unlucky game. Ich hätte mal farmen sollen, Alter. Ich hab irgendwann irgendwann aufgehört zu farmen. Das Gefühl kenn ich. Ja, bei dir ist halt der Problem freest nicht an. Ich bin einfach nur rumgelaufen. Ich war ja equal. Aber dann haben wir die ganze Zeit rumgeroamed. Hab nichts gemacht. Johnny, mach es! Ey, vor allem das ist halt so bitter, weil... Also eigentlich ist es nicht bitter. Ja! Nein! Weil die hätten... Ich will noch auf dem Bild... Ich will noch auf dem Endscreen sein. Bitte! No! In normalen Fällen hätten wir die halt so hart gemacht, Alter. Ich will noch mit dem... Ohne wissen Sie, dass sie Gangplank reporten. Er wird geperabahnt. Hundertprozentig. Warum? Was hat er gemacht? Ach, er hat geschrieben, ich hoffe, ihr werdet alle irgendwie langsamen Tod sterben. Was? 1945 war das beste Jahr. Was? Seid froh, dass ich nicht euren Hals aufschlitze. Was? Hab ich gar nicht mitbekommen. Der Gangplank? Ja! Ey, wann denn? Am Anfang hat er geschrieben, dass er hofft, dass wir alle im Schlaf verschliegen. Echt? Das hab ich auch noch gelesen. In dem Sinne, meine Freunde. Schönen Tag auch noch. In dem Sinne, tschüssi. Nimm beim Keo Spandau teil und der läuft jetzt auf Twitch.tv slash Summoners in live. Abonniert mich auf YouTube. Mich auch.